Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ4All. Heute kommt mein zweites Projekt von OnStage. Dafür habe ich auch wieder hier schon vorgearbeitetes Projekt, die Nummer zwei und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt im Video. Bleibt einfach dran! Auch dieses Mal brauchen wir wieder den Landsegen und die Stanzen Landblüten, dann ein bisschen Farbkarton in Zimtbraun vom neuen Designpapier Herz und Land und ein paar Wassertankpinsel brauchen wir diesmal und die Farben brauchen wir Abendblau und Zimtbraun. Dieses Gartengrün brauchen wir heute nicht. Alles andere zeige ich euch jetzt im Schnellverwahrt. Bleibt einfach dran! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.